Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Letztest. Und zwar testen wir Strife, wenn ich es jetzt richtig ausgesprochen habe. Das ist bei Steam, ist Free to Play und soll wie LOL funktionieren. Naja, mal sehen. Auf jeden Fall wollte ich erstmal auf den Launcher eingehen. So, und zwar, im Launcher haben wir einmal das Home, da bin ich gerade. Dann haben wir hier die Patch Notes, Ready to Rumble, Quick Play vs Bots Now. Dann haben wir hier unten Next Unlock, Player Stats und hier haben wir dann die Intro Kampagne überspringen. Hier haben wir Beginn, die Blablabla. Das mache ich gleich, das Fenster geht nicht weg, nicht wundern. So, dann haben wir noch die Möglichkeit mit Haustieren. Jetzt kannst du dir dein erstes Haustier wählen, Blablabla. So, wir können nur das. Dann würde ich sagen, ja, haben wir uns das jetzt ausgewählt. Dann haben wir, bevor ich aufs Spielen gehe, gehe ich erstmal auf Onsarn. Hier können wir uns ansehen, was wir alle so gemacht haben. Bin ich der Behauptung, also Wiederholung von Partien kannst du dir hier reinzerren und all so'n Scheiß. Dann kannst du hier was herstellen, die 360 Moa und so weiter. Dann kannst du hier Rezepte herstellen. So, aber hier hast du dann noch die Freunde-Funktion hier unten. Hier oben hast du die ganzen Einstellungs-Schüsserchen. Aber ich würde sagen, ich klicke dann hier in der Mitte gleich drauf. Und sehen uns dann in-game wieder. Weil mehr kann ich jetzt zum Lunch auch nicht sagen. Ich muss das Spiel sehen. Wenn ich das Spielprinzip dann raus habe, könnte man loslegen. Aber wie schon gesagt, ist ja nur ein Test. Das heißt, ich muss dann zum Ende noch mein Fazit abgeben. Ja, das heißt, wir sehen uns dann gleich in-game wieder. Bis dahin. Also, bis gleich. Bis dahin. So Leute, da sind wir jetzt auch schon in-game. Und ich muss sagen, ich habe sie auf höchster Grafik, also Pause beenden. Okay. Oh, mit fester Grafik auch noch einmal. Äh, fester Kamera, das ist ja richtig scheiße. So, was machen wir denn jetzt? Oh, die Schnauze, du fucker. Ich mach dich kaputt. Oh ja, das war easy. Ah. Okay. Hier rüber, hier rüber, hier rüber. What the... Was kommt jetzt? So, jetzt soll ich? Okay. Ähm... Wie... Soll ich... Achso! Oh! Okay. Zack. Dann nehmen wir jetzt... 07... 30 magischer Schaden... Wir gehen mal nach Prinzip vor. Aber ich find's geil, du hast unten so eine richtig große Levelanzeige. Das ist das, was mich ein bisschen aufregt, dass ich hier... Oh mein Gott. Oh. Oh, Zack. Soll ich hier rüber... Oh! Oh. Ich verstehe, dass ich nur ein bisschen überflüsste, dass ich jetzt noch nach unten bin. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Hanf so einen R拉, oder? Hast du deinen Glück ein? Oh ja. Dercke, was ich jetzt noch mal versiegelt. Da ist es noch einmal verstehe. Soll es zurück. Dann kannst du da ... Okay. Och nö. Was gibt's jetzt? So. Was macht denn das? Ficker! Arschloch! Okay. Kann man diese hässliche Kamera irgendwie lösen? Okay. Und weiter. Okay. 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 1.900. 1.900, wenn das so teuer ist. Ähm. Wartet mal kurz. Ähm. Ton. Stimme. Stimme. Okay. 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 Ich darf weiter. Endlich. nicht. Okay. 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 Ich finde es ein bisschen langsam. schon. Oh. Oh. Göttlich. Okay. 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 Und was machen wir jetzt hier? Hä? Hä? Was? Zum Geier. Okay. Ich bin jetzt hier. Was schränkt deine Kamera? Bildschirmrand. Oh. Okay. Hm. 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 Looks like those bandits have blocked the path on our tower. Ja. Oh. Grüß dich. Alright, man. It's up to us to rid our land of these bandits. Booch. And who am I you for? Let's not worry about names. You need this road cleared. I need this road cleared. That should be enough for us to work together. Ich muss die noch mal kurz unterbrechen, weil die Musik ist mir zu laut. Ach wohl, das bleibt ja eh da. Ohne Scheiße, ich mag das mit diesen gelockten Kameras nicht. Die Tauere wird hinter ihnen. Wieso rennst du weg? Ich wollte keinem wissen, was das hier ist. Das sieht so geil texturiert aus. Okay, hier. Das müsste Home sein. Das sieht aus. Wir haben mit einem Stuhl. Ja, ja. Ja, ja. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Okay. Komm. Ja, ist mir klar. Nehmen wir das. Wenn du den Kill. Jetzt den Tower weg. Oh mein Gott. Bam. Bam. Oh, klau mir nicht meine Last Hits. Geil. Aufstieg. Oh. 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 Und das. Oh. 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 ich nicht. Nein! Wow. Ich brauche Mana! Alter, wo geht denn das? Das ist ja gay! Richtig gay! Oh, ich habe keine Mana. Das ist ja scheiße! Ich habe keine Mana! Oh, jetzt. Kriegst mich nicht, du Ficker. Ich mache dich fertig. Ich habe gehört, ich darf mir was kaufen. Oh, was skalieren die denn? Magischer Schaden. Magischer Schaden. Gut. Gott. Magischer Schaden. Nee, kriegst mich nicht, du Ficker. Ich mache dich fertig. Ha, einmal vielleicht, aber nicht ein zweites Mal. Du scheiß Spasti. Scheiß Spasti. Scheiß Spasti. Was hast du davon? Okay. Darf ich jetzt da rein? Göttlich. Oh, ich glaube, das ist es. Strike Sail and let her away. Okay. Ja, fortsetzen. So, Leute. Ähm, da bin ich wieder. Gerade eben hat er sich, ist er nämlich wieder in Langer gegangen und zurück. Ähm, ja. Und wir sind jetzt hier und setzen gerade ein bisschen fort. Wir werden aber auch nicht mehr lange machen. Denn ich will ja eine gewisse Zeit nicht überschreiten. Aber, ich muss sagen. Empfohlene Gegenstände. Okay. Ah, geil. Ist gut zu wissen. Grafiktechnisch Bombe. Mach ich doch. Na, sei doch froh, dass ich gerade kein Mana habe. Wie viel brauche ich nochmal? So, der ist jetzt erstmal abgehauen. So. Machen wir doch erstmal was kaputt. Bevor wir überhaupt was machen, ne? Komm. So, aufgestiegen. Okay. Okay. Niedlich! Niedlich! Schade. Oh, 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 jetzt wird's spannend. Das mach ich noch mit. Also ich soll hier lang. Find ich gut. Ach, geil. Jetzt war das wieder mit den Schuhen, gell. Hä? Äh? Was soll ich? Kann ich mir nicht Schuhe oder so kaufen? Schuhe? Weißt du, meine Fähigkeiten? Okay. Was hast du gesagt? Kontrollpunkt erreicht. Was mach ich hier mit? Das würde ich jetzt gerne wissen. Ich brauche nicht Mana. Das heißt, ich stelle mich jetzt aus mir rein. Gut. Oh, was gibt's hier? Was? Oh. 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 Kriegst mich nicht. Oh, oh. Oh. Oh, ich muss mal kurz hier hin. Alter. Komm, lad doch mal schneller. Wie? Ich hab keine Mana. Ich muss mich verarschen. Ja, Sigi. Okay. Geil. Das sieht aber schon geil aus, ne? Wui. Okay. Was müsste eigentlich... Okay. Oh, ey. What the... Geil. K. Krass! Das muss ich gleich ausprobieren. Ja Okay, das will ich noch machen Das ist mir scheißegal, ob ich dadurch überziehe, aber das machen wir noch Allein die Grafik ist schon geil So Hm, das Ding ist schon ganz schön schnell Was, der ist weg? Soldat? Come What the Was, der ist weg? Was, der ist weg? 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 Alter Die Dinger drücken Damage Alter Was, die drücken Okay Was macht der damage? Scheiße Hier Nein, 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 ich bin nicht Schade Hure Du kriegst mich nicht Jetzt hab ich aber kaum Mana, das ist doch scheiße Nee Bäm Bitch Deine Mutti Du Spasti Brauch mehr Mana Hat mal jemand Mana für mich Alter Ich hasse das Gift Ohne Spassel Was bringt denn das? Super Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui wohl immer oder wort nee wieso schluckt das eigentlich alles so viel mal gibt sie vielleicht irgendwie war auch gut auch gut nee 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 deine mutter du ver geht mach dich fertig ich wollte es mal schnell machen Was ist das? Ich hoffe, der Alchemist kann zu stoppen. Ich sehe, dass du in freien Orals gelesen hast. Gut, gut. Unfortunately, der Alchemist hat mich wieder zu erlaubt. Seine Elusiveness ist ziemlich frustrierend. Lass uns zurückgehen. Wir müssen uns für das Werk vorbereiten. Okay, und dann würde ich an der Stelle sagen, das war's vom Letztest. Wenn es euch gefallen hat, lasst den Daumen hoch da. Und mein Fazit, bevor ich das jetzt wirklich sage, Bombenspiel, Bomben-Grafik, mir gefällt's. Also, würde ich sagen, von meiner Seite aus, tschüss, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Also nicht das nächste Mal, wir sehen uns dann. Vielleicht, wenn ich die anderen dazu überzeugen kann, mitzuzocken, sehen wir uns dann hier wieder. Nach dem Letztest. Auf jeden Fall, ciao.